Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Oh. Heilmutterklang, die gefährliche. Dann sei auf alles gefasst. Komm. Ja, dann gehen wir mal runter. Ja, dann gehen wir mal runter. Ja. Den bringe ich zu bald! Was ist das denn? Du musst ein Eilungssteigern! Da hat's mich wieder erwischt! Pass auf, Vatja! Pass auf, Vatja! Pass auf, Vatja! Der Feuerspeier dahinter, der geht mal auf den Sack! Alter! Pass auf, Vatja! Pass auf, Vatja! Pass auf, Vatja! Ich habe gerade nicht weh geholt! So! Das war dann mal gleich erledigt! Nicht er! Hey! Ich dachte es wäre dir egal! Ich habe keinen Ring bemerkt, als ich ihn durchsucht habe! Oh! Kleiner, wir kommen schon genug! Das ist ja True! Das würde mich schon interessieren! Da ist ja nichts, dass ich den kleinen Nuff werfen könnte! Was ist mit dem großen Ding hinterher? Muss das echt sein? Junge! Deine Pfeile! Das ist ja heftig! Das ist ja heftig! Das ist ja heftig! Wenn ich den runtersterze, da kann ich auch nichts machen! Ich bin froh, der macht sich ewig, der macht sich geschlossen! Du bist ein Moment! Wöhnbar! Ja! Und die ist auch nicht möglich! Das ist der letzte! Ja! Ich bin froh, der war so! Jetzt weiß ich vieles Wochenende! Abstache, Kate. Pfeile sind irgendwie nicht stark genug, Klenner, obwohl ich die Boa schon verbessert habe. Alles verwüste! Zerstöre aus einer Nachtstückle! Kein Sinn! Wir werden Brottschotten nicht lebendig finden! Wir werden Brottschotten nicht verlassen! Wir werden Brottschotten nicht verlassen! Eine Art Zeichnung! Vielleicht eine Karte! Das erste Mal, dass du gleich was aufheppen musst! Wir haben epische Musik! Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Alles klar! Dann gehen wir aus! Hm, die erste Ohne sieht aus wie Kampf. Oh, ich hab's ja doch getroffen. Nix weit kämpfen, ok. Okay. Hm. Was hab ich die jetzt kaputt gemacht? Gehen wir doch nochmal hoch. Machen wir doch schon. Sieht so aus. Was kann man denn kaputt machen? Der Kleid bleibt auf jeden Fall mal unter dem Torhaut. Sowas sind noch ohne. Die Hupen aus der Ferne. Gut, dann sind wir doch lang durchsteht. Das ist dieses Ding. Da ist der Ring. An der abgetrennten Hand. An dem Seelenfresser. Tja. Jetzt wissen wir, was an Vahri zugestoßen ist. Wir können es Brock sagen. Wir müssen nicht kämpfen. Oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. Sehr geil. Wir kämpfen gegen ihn, weil du Angst vor ihm hast. Sehr schön. Und wie? Verbutsstab? Na. Wie komm ich da raus? Ohhhh. Ohhhh. Nee, mir geht's nicht gut. Boah, ich hab doch mal Move gemacht. Alter. Ich brauch zu lang zum Ausholen. Ich brauch zu lang zum Ausholen. Okay, ich kann denís. Nein. Der wird ihren oberen. Bedeutung. Noo. Mutager im Wettbewerb. Wenn das kleines in den Neug 0x24, ist das Wettbewerb. Gut, der ist ein Wettbewerb. Oh Die Neu-Attack mit dem Infraredi ist sowas von hilfreich. Kleiner. Ja, wie kriege ich denn das Tor auf? Na ja, wunderschön mal, komm. Kleiner. Das ist irre. Wie sollen wir denn etwas aus Stein töten? Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Bleiben immer konzentriert. Sei ganz still, keine schnellen Bewegungen. Ach, wirklich. Wow, ich wurde nett getroffen und bin trotzdem umgekippt. Wie ich das finde. Klasse. Hat man ja gesehen. Wie konzentriert wir waren. Sei ganz still, keine schnellen Bewegungen. Oh, man muss dann hinwerfen. Ja. Ich bin bereit! Vater, du bist so gut wie tot! Achtung! Feuer! Vater! Ach, ich muss erstmal rausfinden, wie der geht! So ein Dreck aber! Meine Fressene! Meine Sturmtruppler! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Haut rein, möge die Macht mit euch sein! Witness! Untertitelung des ZDF, 2020